So, das ist meine Frage eigentlich. Naja, das ist eine Challenge. Ja, aber was für eine? Naja, also, ich muss Fragen beantworten und für jede Frage, die ich beantworte, darf ich mich einmal cloaken. Cloaken ist? Äh, Space, einmal meine Special drücken. In welchem Spiel dann? Wir. Achso. Ja, okay. Okay, ähm, ja, ich kann mir auch so Fragen ausdenken. Ich war nicht so schnell, aber... Ja, ist die Frage, ob wir es machen, während ich rushe, oder ob wir es vorher machen und danach muss ich rushen. Weil während, das wäre irgendwie seltsam. Müsstest du die vorher wissen. Nein, während? Ja, aber wenn du die Länge brauchst. Du darfst halt nicht neken, wenn du einfach kackst, du sagst. Aber klären darf ich. Du bist dann. Nö. Ja, ich kann... Hä, wenn wir einfach 50 Sekunden... Hä? Hä? Ja, bin. Hä? Nein. Okay. Ey, das ist ja... Du musst dann schon direkt Frage auf Frage. Du kannst dann auch richtig einfache Fragen mal machen, ne? Nö. Du Arschloch, Alter. Mach mal einfache Fragen. Na, recht einfache. Okay. Oh! Oh, shit. Ich hab'n Speedpot bekommen. Okay. Na, Fragen. Oh, ich hab'n Abyss. Machen wir... Machen wir jetzt... Da ist mir jemand gefolgt. Hey. Can you leave? I... And challenge. You can get a speed. Yeah. Okay. Jonas muss auch random Fragen stellen. Okay. Also. Okay, also. Machen wir es in Englisch oder Englisch? Ich kann halt einfach am nächsten Morgen da so Sachen drauf. Man ist, glaube ich, einfacher, oder? Ja, wenn wir auf Deutsch jetzt machen. Ja, wir machen auf Deutsch. Ja, ich kann nämlich kein Englisch. Ich auch nicht. Okay, die ersten Fragen musst du mir stellen. Vorgaschicht nicht, damit ich wenigstens einmal cloaken kann, Alter. Okay. Ähm. Wird wenn mit M oder N geschrieben? Nenn mir... Nenn mir drei Bundeskanzler aus Deutschland. Warte, wird wenn mit M oder N geschrieben? Keine Ahnung, ist mir egal. Ich glaub's doch. Äh, Merkel. Schäubel. Wer? Äh, Schäubel. Ist der nicht irgendwie so? Jonas? Ähm, was? Schäubel. Ähm. Na. Ja, ich weiß aber nicht, ob der ein Ding ist. Ähm, was war die Frage denn? Bundeskanzler, drei Bundeskanzler. Drei Bundeskanzler. Ich glaub nicht, dass... Ey, ich kenn doch nur die Mutti, Alter. Andern sind mir doch scheißegal. Bundesminister. Der Finanzen. Ach, scheiße. Okay, machen wir geilere Fragen. Ja, bitte, Alter. Nicht ohne Politik, Kacke. Wie viele Finger zeige ich? Das seh ich nicht. Äh, doch. Vier. Richtig. Was? Äh, ist halt so. Nice. Okay. Dann, äh, dann, dann beginn die erste Frage, dann, und dann glock ich. Hä, was? Stell die nächste, ja, stell die nächste Frage, Mann. Ich kann doch nicht die ganze Zeit ohne Glocken waschen. Okay, wir müssen aber andauern fragen. Einfach random. Ja, mach schnell, schnell, schnell. Wie viel Fingernägel besitzt ein Mensch? Zehn. Wie viel Fußnägel? Zehn. Wie viel Nägel besitzt eine vierköpfige Familie? Äh, 40. Ne, falsch. Was? Hä? Das ist nicht heiß, Mann. Mann, mach schnell, ich mach ne neue, ich zöckel hier rum. Nee, du darfst jetzt erstmal nicht. Äh, ja, ich, mach ne neue Frage, Mann. Schnell. Hast du alles getroffen? Ja. Ich sterb gerade. Aber. Herr Ratz, hast du jetzt mit allen Quellen draufgegangen? Ich sterb gerade. Nee. Ich hab einfach Seminararbeit und hab da dieselben Quellen verwendet, zeige ich. Wie viel Waffen gibt es, äh, wie viele Pistolen gibt es in CSGO? Äh. Warte, Glock? Äh, P2F? Oh! Zehn. Zehn. Äh, Fuß, Mann. Nee, ist falsch. Du weißt es doch selbst nicht. Doch, ist aber falsch. Okay, nächste Frage. Komm, schnell, schnell, schnell. Wie viel Schatzkans? Äh, bäh, bäh, drei, vier, warte. Müssen vier sein, oder? Vier. Ja, vier. Okay. Äh, wie viel... Wie viel Skins gibt es für die Orb? Ach du, weißt du das überhaupt selbst? Ja, doch in etwa schon, ja. Ich schätze so zwölf. Nee. Ein mehr. Echt? Wie viele Scheißskins gibt es denn für die Orb? Viel. Viel, es gibt so, es gibt ja so die ganzen Krattler-Skins noch, so Safari-Marsch oder so'n Scheiß. Ach du Scheiße, ja gut. Nächste Frage. Ähm. Was ist Jonas' IQ? Null. Boah, steht man richtig. Yes. Was ist dein IQ? 120. Nee, das ist ein bisschen guter. Ich hab's nie getestet. Wenn du 120 hättest, als, ja, keine Ahnung, Gehalt bist du? 17. Ja, dann wärst du schon ganz schön dumm eigentlich, glaub ich. Na, keine Ahnung, ich hab einfach getestet, äh, einfach geraten. Aber egal, ich bin schon beim Boss, Alter. Hab's geschafft, Mann. Noch eine letzte Frage. Komm. Ähm. Wer ist besser bei uns von uns in CSGO? Ich. Nee. Hab' den Arsch, Alter, ich bin sowas von viel besser. Nee, ich bin bester. Verkackt, jetzt save Mark. Auf der Spende. Was? Safe Mark. Safe Mark ist? Ja, so ist es. Achso, okay. Das will ich aber auch sehen, ne? Ja, kein Problem. Wie lange soll ich mich noch in die Lava stellen? Komm, du bist gestirbt. Okay. Herr Moritz. Nee, warte, das voll dumm an. Den europäischen Raten. Das mach ich nicht. Ich hab' den Challenge geschafft, Alter. Den, ähm. Oh, ich hab' mit den Regierungschefs machen. Ja, genau. Okay, Leute, das war die Challenge. Und wir sehen uns morgen. E-Eis. Bye-bye. Wui. Wui. Halt die Fresse, Mann. Hade. In Englisch. Hey, willst du nicht Englisch fahrt? Nee, hab ich wirklich. Im Abitur. Äh, Vor-Abi-Testings mündlich. Witz? 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 Hi. Das wäre echt ein Witz. Okay, äh, dann... Guck mal, ganz viele sagen noch Hi, Leon. Und ich schrei zurück. Oh, Herr Lerner. Oh, die. Und einen Cube Guard, den mach ich jetzt noch, Alter. Extra. Super extra special. Ja. Tony? Mann, was der Depp? Ja, ist im Schlaraffenland. Es ist gar nicht mehr Türkei, Alter. Jetzt. Und wird's erstmal ein USB-Stick. Okay, guys, that was this video. See you tomorrow.